Das Zeitalter Napoleons. Heldenhafte Gefechte zu Land und zu Wasser. Geprägt von politischen Unruhen und zahllosen Aufständen. Eine Zeit, die durch einen legendären General geprägt wurde. Begleiten Sie die militärische Karriere Napoleon Bonapartes oder kämpfen Sie als Großbritannien, Preußen, Österreich oder Russland gegen das französische Kaiserreich. Befehligen Sie Armeen, führen Sie diplomatische Verhandlungen, treiben Sie Spionage und verwalten Sie Ihre Wirtschaft von der rundenbasierten Kampagnenkarte aus. Von verschneiten Bergrücken bis zu den nebligen Tälern. Sie müssen versuchen, das Terrain zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Werden Sie den Feind in einen Hinterhalt locken, seinen Vormarsch bei einer Flussenge stoppen oder einen Wintermarsch wagen und das Leben Ihrer Männer aufs Spiel setzen, um den Feind zu umgehen? Vielleicht ist auch Diplomatie die Waffe Ihrer Wahl. Zwingen Sie feindliche Nationen mit Handelsembargos in die Knie, fordern Sie, dass Alliierte Ihre Bündnisse brechen und rufen Sie Ihre Verbündeten, um mit ihnen Seite an Seite zu kämpfen. Auf dem Schlachtfeld wird jedoch in Echtzeit agiert, mit tausenden von Soldaten, die alle unter ihrem Kommando stehen. Soldaten gewinnen Schlachten, aber Generäle gewinnen Kriege. Nutzen Sie die Fähigkeiten Ihres Generals zu Ihrem Vorteil. Motivieren Sie Ihre Soldaten für den Sieg zu marschieren oder rufen Sie jene zusammen, deren Nerven blank liegen und entscheiden Sie den Ausgang der Schlacht. Kommandieren Sie legendäre Truppen der napoleonischen Kriege wie die Eliteeinheit Alte Garde oder richten Sie 140 Kanonen auf die Santessima Trinidad, dem größten Kriegsschiff Ihrer Zeit. Napoleons Art, Krieg zu führen, war neu und so führte er seine Armeen zu großem Boden. Werden Sie in seine Fußstapfen treten und Europa erobern? Untertitelung des ZDF für funk, 2017